Der Spongebob-Super-Sommer sollte am besten nie enden? Oh yeah! Dann haben wir gute Neuigkeiten. Denn ab jetzt gibt es jedes Wochenende einen riesen Unterwasserspaß im Bikini Bottom. Ich bin jetzt nur aufgeregt. Mach dich bereit für viele neue Highlights rund um Spongebob. Sowie noch mehr von der brandneuen Serie Camp Corrid. Spongebob's Kinderjahre. Samstag und Sonntag um 13.15 Uhr. Nur bei Nick.